Also nochmal für alle, die gerade eingeschaltet haben, der Pascal, der hat uns gerade 150 Euro geschwändet, hab gesagt, bei einem Win kommt noch ein Hunderter, ein Spender nochmal ein Fünfziger, Fuffi für den ersten Killman, wie war es schon anspornen. Wisst ihr, was jetzt los ist? E-Sport-Modus aktiviert! Win mit Xs zählt auch. So, Schatz, steh auf, Playstation an, Janla, komm. 20% ist ein fairer Deal, also 20 Euro. Ich glaub, da will ich mich über den Tisch ziehen, aber ich sag nicht wer. Ne, ich will es nicht über den Tisch ziehen. Lol, hi. Was? Was? Wie soll der denn die Waffe bekommen? Das macht gar keinen Sinn. Jetzt geht's ab, Digga, wir landen in den Vulkan Mount Everest. Ardett, ich schau 200 raus. Okay, jetzt Konzentration, Chat ausgeblendet, alles. Ich will jetzt kein Wort mehr sagen, Digga, Alter. Ey, Digga, jetzt kommen alle mit, alle Stream-Sniper, Mann. Die wollen, die gönnen nicht. Das sind alles Leute, die nicht gönnen. Haut mal ab. Was machen die hier? Alles Nichtsgönner, ne? Ich sag's nicht, alles Nichtsgönner hier. Schwitzerei geht los. Ha, ha, ha. Ja, verpisst euch doch mal. Lasst mich doch mal in Ruhe, Digga. Alle Stream-Sniper, gönnt doch mal, Hack. Ey, nein, hat mich jetzt. Die gönnen alle nicht. Verpisst euch. Ey, die gönnen alle nicht. Was? Ey, Bruder, Pascal, das geht zu weit. Pascal, ich spende doch mal 50 Euro. Okay, sagen wir 500 bei Win, weil du Ehrenmann bist. Ist das auch in Ordnung mit meiner Camper-Taktik von vorhin, wo wir am Ende überlebt haben? Ist das okay? Ey, aber ich will echt nicht mit dieser Camptaktik gewinnen, Digga, Alter. Das ist echt ekelhaft. Ey, stell dir mal vor, ich komme im Endkampf. Ich bin endnervös, Digga. Der Pascal hat mich nervös gemacht hier. Ja, guck mal, Gott und die Welt landet auf einmal hier, sonst landet niemand hier. Okay, wir haben's. Ey, Leute, der Pascal macht mich echt nervös hier, ey. Pascal, wollen wir Freunde sein? Das ist der Freunde für immer, Freunde für immer, ey. Ey, 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 pscht, pscht, pscht. Digga, wo sind die denn alle? Oh mein Gott. Wer baut da, wer baut da? Was ist das denn für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das? Alter, das sind Kanonenkugeln. Digga, wo sind... Boah, fuck. Boah, Junge, Alter, ich werde zu John Rambo auf einmal. Up in the water, in the water zu Coco Jadnangil. Alter, die Kugeln, die kommen immer noch hin. Alter, Alter. Wow, der gönnt nicht. Das ist einer, der gönnt mir das Geld nicht. Verpiss dich. Ei, 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 ei. Digga, was geht hier ab? Auf einmal ist Anschlag, Alter. Nur weil ich hier um Geld spiele. Lass mich doch alle in Ruhe. Boah, 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 boah. Bruder, chill doch, Mann, Alter. Ich geb dir auch was ab von dem Geld. Fünf Euro, komm. Lass mich in den Namen heben. Was soll ich tun? Ja, scheiße, Alter. Ui, 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 Bruder, Alter. Das sind die Nichtsgönner. Die kommen jetzt alle gespawnt hier, ey. Warum lädt es denn hier so? Wo kommen die Schüsse her? Oh mein Gott, der ist da doch. Nein, 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 nein. Ich werde nervös, Digga. Wow, wow. Akku. Bruder, lass mich doch mal in Ruhe. Nein, der ist über mir. Der ist über mir. Komm runter. In drei Jahren kommst du runter. Wo ist der? Ich hab nix zum Bauen. Das ist die Scheiße, Digga. Ich will mich hochbauen und den auseinandernehmen. Nein, nix mehr zu bauen. Nein, nein. Mann, Alter, du scheiß Nichtsgönner, ey. Oh. Meine Freundin extra aus dem Bett geholt. Mein Schatz hat das Geld gerochen und ist gekommen. Okay, jetzt geht's in den Krieg, Schatz. Wir müssen uns gut absprechen, ganz wichtig. Bist du am Bauen? Nee. Nee? Okay, dann ist hier jemand. Ist auf jeden Fall jemand. Jo. Ah, der ist hier dritten bei der Kiste rum. Aha. Der lacht, der lacht, der tanzt. Ist das einer von uns? Abonnent? Bruder, bist du Abonnent? Was geht Abonnent am Start? Jawohl. Wir haben einen Kameraden gefunden. Nein, das ist ein Ehrenbruder. Bruder, du kriegst drei Prozent. Hilf mit uns. Ey, der hat Waffen. Hallo. Ey, der hat uns geprankt. Hä, ich hab ne Waffe rausgeholt. Ey, 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 ey. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig mit den Waffen. Alles gut bei dir. Bist du im Stream? Digga, der Pascal haut nochmal einen Fuffi raus. Fuffi, weil Exes aufgestanden ist. Die gönnen aber alle mir, Schatz. Danke. Nein, das ist unfair, Leute. Tut mir leid, Bro. Tut mir leid. Aber wir spielen schon nach den Spielregeln. Tut mir leid. Wir sind keine Gegner. Die Zone kommt doch gleich, ne? Okay, ich pfeffer mir jetzt auch den Biggie rein. Komm. Die Zone kommt in 2,40. Wie sollte man langsam los hier, ey? Okay, lass mal jetzt langsam vorgehen schon mal. Kommst du mit? Ja, komm mal, jetzt die Zone ist gleich bei dir. Ach, du hast diese Fliegeldinger. Okay. Ich hab ne Tactical. Boah, shit. Die Zone ist komplett am Arsch der Welt. Wir müssen echt durchziehen. Komm. Lass uns am besten diese Fliegeldinger dann nehmen, ja? Aber da vorne wurde auf jeden Fall gebaut auf 144. Okay, gib mir das mal. Dann lass uns mal jetzt rübergehen jetzt mit dem Jump Pad. Welchen Weg fliegen wir denn am besten? Hier rechts lang, oder? Ne, der macht doch gar keinen Sinn. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Andere Richtung. Pascal schreibt schon, geht mal down. Weiter, weiter, weiter. Ey, ich wurde getroffen. Pass auf, da ballert jemand. Der ist da, glaube ich, ganz oben. Da ist jemand, da ist jemand. Da ist einer. Oder snipet auch einer. Der ist aber absolut One-Shot. Hab den, nein, ey, was? Ja, hab ihn, hab ihn. Der war alleine. Wollte ich nur sagen, wenn du pusht, Schatz. Wer hat denn da gesnipet? Wo wurde denn gesnipet? Lass uns erst mal gucken, was die Zone gleich macht, ne? Ich hab auf jeden Fall, wie gesagt, für alle Notfälle hab ich einen Rift, ne? Okay, Zone ist da. Dann links soll ich mich mal vorhin. Aber nicht zum Loot-Drop, weil da werden schon safe welche sein. Hast du grad nachgeladen? Ja. Hä, wo sind denn? Ah, ist ein Jumpet auf jeden Fall auch aufgestellt. Ey, die Zone ist so klein, das macht grad irgendwie keinen Sinn. Wo sind die alle, Mann? Die sind bestimmt irgendwo versteckt. Ja, ne, auf dem Ufo sind drei. Ja, stimmt, auf dem Ufo sind welche drauf, da oben. Pass auf. Die schießen von da oben runter mit Raketenwerfer. Siehst du das? Ach, du Scheiße, ey. Ist scheißegal wie, Hauptsache, wir gewinnen hier. Nee. Ja, Mann, die Fighten da hinten, die Fighten da hinten. Das ist sehr gut. Jetzt lass uns hier aufpassen, okay? Da sind die im Haus welche, links. Einer ist da am Gramblen. Ich hab denen sein Ding kaputt geschossen. Der ist hier in meinem Haus vor uns. Lass uns nah beieinander bleiben, wegen Rift und so. Okay, zwei Zweier-Teams. Die beiden hier hinter und irgendwo sind noch zwei andere Leute. Hast du Granaten oder sowas? Nee. Komm mal hoch, komm mal hier hin. Hier ist einer irgendwo. Wie was soll ist das denn? Ah, ist einer. Das sind zwei. Greifen von hier ab. Shit, die haben gerade eine Hand. Der Verfack, wir sind genau in der Mitte, Mann. Sandwich. Bleib bei mir, bleib bei mir. Bleib bei mir, bleib bei mir. Ja, ja, ich bin hier. Wir haben Rift, wir haben Rift. Nicht, dass die dich gleich snipen. Die machen es nicht Lagerfeuer, die machen es nicht Lagerfeuer. Ja, ist kaputt, ist kaputt. Ich hab ihm 92er-Hit gegeben. Okay, Zone kommt. Lass uns gleich riften. Ich schieß. Ey, ey. Zone. Okay, komm her, komm her, wo bist du? Rift, 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 rift. Ey, du baust dich rein. Komm, schnell, flieg, flieg, die Zone. Fuck. Oh mein Gott, die anderen bauen da. Scheiße. Fuck, ich hab das nicht zu früh aufgemacht, die Scheiße. Ey, hinter mir, hinter mir. Nein, nein, nein. Digger. Fuck, fuck. Nein, hinter mir, nein. Ey, nein, ich bin tot, ja. Wieso war ich das? Neben dir, hinter dir. Habe ich doch auch. Deshalb sag ich, wir hätten den scheiß Schirm direkt aufmachen sollen. Weißt du, du bist als erstes runtergefahren und hast gesagt, oh, jetzt hab ich meinen Schirm zu früh aufgemacht. Ja, hab ich doch, ich sag doch, es ist mein Fehler, mein Gott. Mach nur eine Spaß, Leute, mein Gott, wir reden immer so, oder? Bist du jetzt sauer? Ich bin nicht sauer. Ich bin immer so ein... Ich bin kein böser Mensch. Du bist böser Mensch. Ich bin ein normaler Mensch. Hauptsache, an der Sio geht's gut. Okay, da ganz hinten ist jemand. Oha, der Pascal. Der Junge hat nochmal 100 Euro, du, Nate. Bruder, bin mal weg, bin im nächsten Stream wieder da. Safe und bekommst vielleicht zweite Chance. Wie? Danke, Bro, Alter. Danke, danke, ey. War dich echt zu schätzen. Ich hab mal, dass du eine Sik 100 Euro bekommst. Ich krieg 20% ab, super. Scheißdreck kriegst du ab, wir haben keinen Sik geholt. Warte. Da baut sich ein. Oh Gott, hier ist ja noch oben einer. Wo ist der? Wo ist der? Ja, vor mir, genau vor mir. Ein Zentimeter vor mir. Wow, hä? Wird denn da auch nicht geballert? Hier unten. Ja, findest du nicht. Er ist ja nicht schlimm. Alter. Super, ich hab nichts mehr zum Bauen. Guck dir gar nicht. Ah, schade. Hat echt Bock gemacht, Alter, diese Challenge. Wirklich. Schade, haben wir es am Ende nicht geschafft, aber hat echt richtig Bock gemacht.